Musik Herzlich Willkommen zu den heutigen Nachrichten mit dem Thema Lernen im Labor. Aus Butzbach meldet sich nun unsere Außenreporterin Eisenberg mit der Klasse 12 BFU. Hallo und herzlich Willkommen, ich bin heute bei der Klasse 12 BFU in Butzbach. Sie werden uns einen Versuch über Lärm vorstellen. Halt schon, so geht das nicht. Bei einer Lautstärke von 85 Dezibel muss man einen Gehörschutz tragen. Nicht, nicht, ganz ruhig achten, ganz gut, dass ich zuhause singe, zuhause singe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Halt schon, so geht das nicht. Bei einer Lautstärke von 85 Dezibel sollte man einen Gehörschutz tragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017